. Wilhelmshaven, Norddeutschland. Zeltstoff, Stangen und Befestigungsmaterial. Kassensturz und K-Tipp testen zehn vielverkaufte Zelte für einfaches Campieren. Die Hersteller empfehlen sie alle für zwei Personen. Acht Produkte haben ein Aussen- und ein Innenzelt. Zwei bestehen nur aus einer Hülle und eines verfügt über ein richtiges Vorzelt. Im unabhängigen Untersuchungslabor PZT prüft das Testteam das Zeltmaterial auf Herz und Nieren. Die wichtigsten Kriterien im Test. Perlt das Regenwasser an der Zeltwand ab. Sind Wände und Böden auch bei einem Dauerregen noch wasserdicht? Ist das Material robust und reissfest? Auch nach längerer Sonnenbestrahlung? Wie bruchsicher sind die Stangen? Überzeugen die Produkte auch im Praxistest, z.B. beim Auf- und Abbau? Und ist die Luftqualität im Innern erträglich? Ungenügend im Test, das Zelt Vento II der Migromarke Trevolution. Gesamtnote 3,9. Es ist nicht wasserdicht und schlecht zu belüften. Die gleiche Gesamtbewertung erreicht das Zelt II von Active Base mit 39,90 Fr. das günstigste Produkt im Test. Wir hatten Probleme mit der Wasserdichtigkeit. Dazu ist der Stoff nicht zusätzlich plastifiziert, lässt also Feuchtigkeit durch und wird auch nass. Und die Reißfestigkeit ist auch nicht so gut in unseren Tests. Und man hat ja auch hier beim Aufbauen schon gesehen, die Zelte wurden jetzt dreimal auf- und abgebaut. Es sind schon Stellen, wo die Nähte kaputt gehen. Das Aufstellen der Zelte klappt bei allen Produkten mit Hilfe der Anleitung problemlos. Der Zeitaufwand beträgt zwischen 4,5 und 13 Minuten. Am längsten benötigt das Elixier II von MSR. Die baulich verbundenen Stangen stehen unter Spannung und sind darum etwas schwieriger zu montieren. Genügend im Test mit Gesamtnote 4,1 ist das High Glide II von 46 Nord, eine Eigenmarke von Oxner Sport. Nicht überzeugt haben die Raumverhältnisse für die Testpersonen mit einer Grösse von 1,95 m. Das ist relativ schmal. Und hier kommt mir auch die Aussenwand schon entgegen, je nachdem, wie der Wind steht. Das ist sehr unangenehm. Mehr Platz gibt es hier. In Diesenhofen Kanton Turgau entsteht ein 5-m-Familientipi, das einem traditionellen Dakota Sioux der Ureinwohner Nordamerikas nachgeahmt ist. Das Tipi gehört, wie andere Zeltformen, zur ursprünglichen Behausung der Menschen. Traditionelle Naturzelte sind das Kerngeschäft des Zeltweltteams. Das Aufstellen kann aber auch für Profis Tücken haben. Das Schwierigste ist das Anmessen des Dreubeins. Das bestimmt man anhand der Hülle, den obersten Punkt, wo man das Dreubein bindet. Das Gemeine ist, dass man das erst im Nachhinein merkt. Und das ist dann der Moment, dass man die ganze Konstruktion neu neu aufbauen muss. Akzeptable Raumverhältnisse und eine Gesamtnote von 4,4 erreicht das Darwin II von Coleman. Nicht überzeugend sind die mangelnde Belüftungsmöglichkeit sowie die Wasserdichtigkeit des Bodens. Note 4,7 erhält das Syskin II von Hypeak. Das tiefe Einbogenzelt besteht fast alle Prüfungen. Abzüge gibt es für die knappen Raumverhältnisse. Bei diesem Zelt ist der Nachteil, dass wenn man liegt, man sehr nah an die Decke kommt. Gut im Test ist das Taurus II von VAUDE. Es ist robust und wasserdicht. Abzug gibt es für die fehlenden Belüftungsmöglichkeiten. Weil das ein dünner Stoff ist und wasserdicht sein muss, können die eben auch keine Luft durchlassen. Es ist so, dass die ganze Atmung für das Zelt nur geregelt wird durch Öffnungen. Löcher im Zelt praktisch drin, die verdeckt sind natürlich. Und da gab es Zelte, die waren besser atmungsaktiv. Das heißt, die hatten mehr Löcher. Beim Tipi ist die oberste Öffnung nicht für die Belüftung gedacht. Für ein angenehmes Innenklima reicht der Baumwollstoff der Natur zählte bereits aus. Speziell für das Tipi jedoch ist die Möglichkeit des Feuermachens. Es hat ja oben eine Öffnung mit der Rauchklappe. Dort entweicht der Rauch. Damit das aber wirklich funktioniert und man nicht im Rauch sitzt, braucht es eine Luftsauge. Das heisst, hinter diesem Lining zieht die kalte Luft an und wird dann in dieser Zwischenwand aufgezogen. Da entsteht ein Luftstrom, der die warme Luft nach oben treibt und den Rauch mit rausnimmt. Gesamtnote 4,8 erreicht das Modell Trek MT-102 von Forkla, der Eigenmarke von Decathlon. Es ist im Test wasserdicht und leicht aufzubauen. Nur wenig besser das Elixier 2 von MSR. Es ist ebenfalls wasserdicht und robust. Alle Zelte sollten geeignet sein für zwei Personen. Teilweise ist es auch möglich, mit zwei Personen da drin zu liegen, teilweise nicht. Aber wo lässt man eigentlich sein Gepäck? Für das Gepäck ist nirgendwo in den Zelten mehr Platz. Gut mit Gesamtnote 5 ist das Zelt Latitude 2 von Salewa. Das Skyrocket Tour von Jack Wolfskin erzielt mit 5,1 das beste Gesamtergebnis und ist mit 369 Franken auch das teuerste Produkt im Test. Die Zelte waren überzeugt beim Auf- und Abbau sowie auch bei den technischen Prüfungen. Die waren wasserdicht und vor allem geräumig. Da konnte man wirklich mit zwei Personen drin liegen. Ob ein Zelt aus Synthetik oder Naturstoff, unter freiem Himmel übernachten ist für viele ein Erlebnis. Zumindest mit dem richtigen Zelt. Die zwei Zelt dahin, die haben bei uns nicht gut abgeschnitten in diesem Test. Die haben nicht gute Noten bekommen. Einerseits das Zelt von Migros, das ist das eine oder das dahin vom Online-Händler Gonsler. Beide ungenügend. Migros wollte zum Testergebnis nichts sagen. Gonsler sagt, zudem Zelt dahin der Hersteller Bestway hat das Modell aus dem Sortiment genommen. Und Gonsler sagt, sie werden das Produkt mit neuem Modell ersetzen und das Zelt längerfristig nicht mehr anbieten. Was sind für euch entscheidende Kriterien, wenn ihr ein Zelt kauft, kommentiert hier unten in dieser Spalte und abonniert diesen Kanal.